Ja, spontan Auftritt Nummer 4. Kleine Ergänzung, also ich denke, bei der Bundesregierung ist es nicht getan, wenn die Bundesregierung zurücktritt. Es muss genauso, muss auch die EU-Kommission zurücktreten und US-Regierung natürlich auch. Weil da haben wir auch nämlich zwei Quellen, wo ziemlich viel Mist kommt, der die ganze Welt betrifft. Und gerade hier in Europa finde ich, wir brauchen vor allen Dingen was anderes als die EU-Kommission. Und das ist, da ist, also ich sag mir, also wie kann man es ausdrücken, also im Gegensatz zur EU-Kommission ist die Bundesregierung ja sogar noch ehrlich. Also von daher, wir brauchen eine andere EU-Kommission, beziehungsweise generell mal was anderes anstatt der EU-Kommission.